Alles ok? Ich kann nicht schlafen. Woran das so liegt? Du nervst, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Soll ich den Tee kochen? Fick dich! Fick dich! Wie redest du mit mir? Das Training geht nur neun Wochen und drei davon sind für die Sicherheit. Das Emergency Training. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Die Attrappen, die sich bewegt haben, Feuer simuliert und ins Wasser, Notwassern und mit den Rutschen runter. Es hat echt Spaß gemacht. Natürlich habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch mal angewandt werden muss beim Fliegen. Das möchte man nämlich nicht. Ich habe auch die ganzen Flugerfahrungen immer in Träume verpackt und bin im Traum, glaube ich, 50 Mal abgestürzt. Aber immer das Flugzeug evakuiert. Immer. Immer sicher die Leute ausgebracht. Und einmal da wurde uns dann gesagt, dass ein Triebwerk abgeschaltet werden muss, was bei Viertriebergen nicht so dramatisch ist. Aber... Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch. Nicht die Pussy. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Ich bin Dank. 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 Erste Morgen bin. Ich bin dank. Ich bin dank.